Untertitelung des ZDF, 2020 Die Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot zur Brandbekämpfung aus der gesamten Stadt an. Schwierigkeiten bereitete den Kameraden, dass der in Flammen stehende Bootschuppen schlecht zu erreichen war. So musste die Feuerwehr den Brand auch aus einer Löschkanone bekämpfen. Der Mühlendamm wurde für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Die Kriminalpolizei wird den Tatort erst nach dem vollständigen Abkühlen voraussichtlich am Montag betreten können. Erst dann können auch die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020